Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, euch geht es gut und ich habe jetzt mal gerade zu den News, die gerade kommen, zu dieser massiven Bewegung einmal meine Aufnahmesoftware angemacht, weil ich euch ein bisschen was erklären und zeigen wollte. Wie ihr seht, wir sind im 06er Kontrakt. Das ist der 06er, das ist der 03er Kontrakt. Ich habe mal beide offen. Ihr seht, der 06er ist noch ein bisschen dünner, der 03er Kontrakt ist noch ein bisschen dicker und wir sehen ja gerade eine massive Bewegung im ES. Und ich wollte euch das Ganze mal zeigen, wie solche massiven Bewegungen in Bookmap aussehen und wie man Bewegungen verstehen und interpretieren kann. Es ist einfach Wahnsinn, was wir gerade für eine Bewegung haben. Wir sehen, wir sind hier unten von 62 auf aktuell 97 hoch. Das ist natürlich eine absolut verrückte Bewegung. Fast 40 Punkte im ES ist der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich riesig. Wir sehen, der Markt ist auch extrem dynamisch. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen zeigen, diese dynamischen Bewegungen. Ihr seht, es sind immer noch die großen Limit Orders die ganze Zeit über und unter dem Markt, die mitlaufen und die laufen auch absolut perfekt synchron mit, mit jedem Tick. Und einfach der Hammer, was das für Bewegungen waren. Jetzt scrollen wir mal ein bisschen zurück, schauen uns mal diese Bewegung an, wie die entstanden ist. Also ihr seht, vor der Bewegung, der Markt ist extrem, extrem ausgedünnt. Wir sehen, wir haben hier nichts, was gehandelt wird an Volumen. Das ist ganz normal. Also immer bevor News kommen oder bevor irgendwas passiert. Es können angekündigte oder nicht angekündigte News sein. Es gibt immer Leute, die wissen, dass was passiert. Das waren natürlich jetzt angekündigte News. Ja, es waren angekündigte News und ihr seht, der Markt reagiert halt voll drauf. Liquidität geht aus dem Markt raus. Und das ist jetzt ja nicht nur für einen Extremfall. Das Beispiel, das passiert auch ständig, wenn Breakouts passieren. Ihr müsst euch, wenn ihr euch mal Breakouts anguckt, nach Seitwärtskonsolidierungen oder nach größeren Seitwärtsphasen, meistens aber eher bei Konsolidierungen. Achtet mal darauf, dass die letzte Kerze, bevor ein, bevor ein Ausbruch passiert, der Markt extrem die Liquidität rausnimmt. Das Volumen pro Sekunde oder das gehandelte Volumen allgemein ist extrem, extrem dünn. Und dann kommt schlagartig die Explosion und der Move. Das ist ja immer wiederkehrendes Muster. Achtet mal darauf, wenn ihr euch Bewegungen anschaut. Und dann ganz klassisch, starker Aufwärtsmove. Mini-Seitwärtskonsolidierung. Move wird fortgesetzt. Ihr seht schon, wenn wir uns diesen Move hier anschauen, es ist eine relativ oder extrem saubere Aufwärtsbewegung. Ihr seht, obwohl der Markt so extrem schnell ist, deshalb, wenn er von wenigen Millisekunden passiert, der Move teilweise, seht ihr, seht ihr, die Limit Orders passen sich perfekt an. Das sind reine Algos, die gerade mitlaufen. Kleine Dips mal runter. Ihr seht, 0,40 Kontrakte rein. Hier kommen wir 35 Kontrakte rein. Ganz normal. Und ihr seht auch hier ältere, längere, liegende Limit Orders, die, nachdem sie gehittet werden, in der letzten Millisekunde komplett gezogen werden und gar nicht erst ausgeführt werden. Das heißt, oder hier jetzt eine neu reingekommene Limit Order, die wurde hier sogar mal executed. Hier hat einer eine Limit Order reingelegt. Hier wurde der auch mal executed. Das ist das Schöne, wenn ihr Bookmap benutzt. Ihr seht, wo Liquidität reinkommt und wo auch wirklich Liquidität ausgeführt wird. Und ihr seht richtig schön die Submoves. Ihr seht hier unten zum Beispiel, liegt wieder eine größere Limit Order hier oben. Und ihr seht, der Markt läuft hin, die Order ist liegen geblieben. Und hier wurde sie sogar ausgefüllt. Hier gibt es einen Riesen-Hit. Das heißt, wirklich, das ist der Vorteil, wenn man mit so Heatmaps arbeitet, dass man wirklich sieht, wo liegt Liquidität und was wird auch wirklich ausgeführt, weil die Algos halt mittlerweile so schnell sind. Ihr seht ja, wie schnell die Limit Orders die ganze Zeit mitwandern bei den Bewegungen. Also gerade dieses Band, was wir quasi drumherum haben. Das reagiert ja so schnell. Ihr seht, der Abstand ist immer gleich. Das kann man natürlich nicht händisch machen. Das kann man auch nicht mit einem normalen Programm machen. Das heißt, das sind alles Algos, die sowas verursachen, die wirklich HFT-Algos sind, die direkt auf den Börsen, an der Börse, an den Servern auf der Börse sind. Ansonsten sind solche Bewegungen nicht möglich. Und das sind auch eure Standardgegner, wenn ihr tradet. Deswegen ist es ganz wichtig, nur Trades zu machen, wo ihr auch eine Edge habt. Wenn ihr meint, ich trade jetzt einmal einen Breakout, ich trade da, ich mache das oder ihr einfach irgendwelche Trades macht, wo ihr quasi aus dem Bauch aus Trades macht und meint, das sieht gut aus, das mache ich jetzt mal. Da habt ihr keine Edge. Ihr müsst ganz, ganz klare Setups haben, wo ihr wisst, dass ihr wirklich eine Edge habt. Ansonsten werdet ihr so aufgefressen von den schnellen Tradern oder von den Algos. Das ist nicht einfach. Macht keinen Blödsinn. Wirklich lernt Trading vernünftig, tradet konzentriert, überlegt euch, macht Research, schaut, wo ihr wirklich eine Edge habt und das Ganze müsst ihr traden. Ihr seht, die Märkte sind absolut wild. Wenn man sich das jetzt mal gerade anschaut, langsam, der neue Kontrakt hat jetzt auch so langsam mehr Volumen als der alte. Das heißt, der Wechsel ist jetzt auch langsam sehr sinnvoll, von dem 0,3er Kontrakt auf den 0,6er Kontrakt zu wechseln. Und ihr seht, die Bewegungen sind immer noch extrem schnell. Die Limit Orders wandern fast perfekt mit. Seid sehr vorsichtig, wenn wir uns jetzt mal die Bewegung hier anschauen. Es ist ja eine riesen Aufwärtsbewegung gewesen. Wir sind jetzt im Extrempunkt von, immer dran denken, wir sind von 60, sagen wir mal, auf 25 hoch. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Über 60 Punkte im ES, das war teilweise waren das Wochen- oder Monats-Ranges, was wir noch vor wenigen Jahren hatten, was wir jetzt gerade in einer Minutenkerze hatten. Also aktuell natürlich, dadurch, dass alles kriselt, die Märkte sind extrem, extrem schnell. Man muss extrem aufpassen. Also seid sehr, sehr vorsichtig. Wenn ihr irgendwas macht, seid nicht zu lange drin, passt auf, habt enge Stops oder tradet diese extremen Märkte gar nicht. Das gerade war auch keine News, die vorher bekannt war. Es war eine Ad-Hoc-News, die Bewegung ausgelöst hat. Also absolut, absolut crazy die Bewegungen. Ich wollte euch das Ganze einfach mal im Bookmap zeigen, dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell die Märkte gerade sind und was die Algos eigentlich so im Hintergrund die ganze Zeit machen. Naja, es ist, da ist Bookmap ein wirklich tolles Tool für. Ihr seht, schaut euch mal diese Dicke an und wie lange diese Limit Orders hier drin sind, wie sie diesen Channel bilden. Volumen geht raus und boof kommt die Bewegung. Das ist sehr, sehr, sehr typisch für solche Märkte. Wenn ihr Bookmap lernen wollt, verstehen wollt oder Fragen dazu habt, schreibt mir gerne, schreibt mir gerne bei Discord. Beantwortet euch gerne mal ein paar Fragen. Wenn ihr in Zukunft Bookmap Live Trading haben wollt, schaut gerne auf Patreon vorbei. Dort werden wir auch in Zukunft Bookmap Live Trading machen. Wir werden in Zukunft auch Aktientrading live machen. Also kommt noch einiges Neues hinzu für alle die, die für ein Jahr subscriben. Die bekommen ein gratis Private Coaching mit dabei. Also es lohnt sich, wenn ihr das Ganze auf Bookmap sehen wollt, wenn ihr das Ganze auf Patreon sehen wollt und verfolgen wollt, weil dort werdet ihr sehr, sehr viel geilen Content dieses Jahr bekommen. Aber wie gesagt, bei sowas tradet das Ganze nicht. Aber seid vorsichtig. Märkte sind absolut wild. Jetzt muss man sich ein bisschen zurückhalten. Habt ihr keine Gier versucht, ich muss das jetzt ja mitnehmen und fangt an zu rechnen, was ihr da in ein paar Sekunden verdienen könnt. Das machen nur Anfänger. Wenn ihr selber merkt, dass ihr anfangt zu rechnen und zu spinnen, wie viele Millionen ihr doch verdienen könnt und dass ihr ja mit einem Ferrari rumfahren könnt und alles. Wenn ihr merkt, dass ihr so ankommt, haut euch selber einmal ins Gesicht. Das ist komplett dämlich. Wenn ihr das merkt, wirklich haut euch volle Pulle ins Gesicht. Dass ihr es auch richtig spürt. Weil das ist kein gutes Trading. Wenn ihr merkt, dass ihr die Charaktereigenschaften habt, geht es nicht anders, als euch mehrfach richtig ins Gesicht zu hauen. Und wenn ihr das selber nicht hinbekommt, fragt wen, ob er euch richtig eine ins Gesicht haut. Aber richtig. Damit ihr wieder wach werdet und merkt, was für einen Blödsinn ihr da eigentlich machen wollt. Weil das ist wirklich extrem, extrem, extrem hohes Risiko. Macht das nicht. Tradet das nicht. Es ist zu wild. Hört auf, euch auszumalen, was für Geld ihr verdienen könnt. Das ist Gambling. Da könnt ihr auch direkt ins Casino gehen. Das macht keinen Sinn. Macht es nicht. Ihr seid nicht schlauer. Ihr seid nicht schneller als der Markt gerade. Das funktioniert nicht. Ihr verliert nur. Egal, was ihr macht. Und wenn ihr mal ein Gewinn-Trade habt, ist es Glück. Das hat dann nichts damit zu tun, dass ihr eine tolle Analyse gemacht oder dass ihr ein tolles Footprint-Set hat. Das ist gerade zu wild. Und das ist gerade nur Algo-Geschubse. Ihr müsst warten, bis sich der Markt wieder beruhigt, wieder normal ist. Und dann kann man auch wieder Trades machen. Aber das Ganze kann man nicht traden. So, packen wir mal Bookmap bei Seite. Wollte euch noch ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar das Video von vor ein paar Tagen. Da haben wir ja über die Edge-Jones gesprochen, beziehungsweise wir haben auch über die eingezeichneten Zonen hier gesprochen. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich gesagt habe, das waren ein paar interessante Zonen. Zonen. Die Zonen kamen. Oh, ich habe den Tag gar nicht mehr drin. Oder? Doch. Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal kurz gucken. Äh, naja, schon ein Tag. Ich lade immer nicht genug Vergangenheitstage. Ah doch, das kam ja hier raus. Hier kamen die Zonen, glaube ich, her. Ne, die kamen zwei Tage vorher. Okay, nein, die waren ein paar Tage erst. Sorry. Aber was ich euch zeigen wollte, schaut mal, ne? Die Zonen, die wir eingezeichnet haben, über die ich gesprochen habe. Schaut euch einfach die letzten Videos nochmal, wo ich das erklärt habe. Wie die Zonen immer wieder reagieren. Auch hier der Pullback. Das heißt, das waren extrem wichtige Zonen, die die nächsten Tage immer wieder angetestet wurden. Schaut mal, wie der Markt das hier respektiert hat. Man konnte mehrere Abpraller-Trades machen. Das waren ganz, ganz wichtige Zonen. Ihr seht hier auch, er hat wieder die nächsten Tage super drauf reagiert. Und jetzt halt heute auch wieder. War ein super Support hier unten. Und schaut mal, was gerade wieder unser Target war. Auch wieder eine von den Zonen. Das heißt, versteht, was relevante Punkte im Markt sind und zeichnet euch nicht irgendwas Blödsinniges ein. Das waren relevante Key-Levels schon vor einer Woche und der Markt hat sie wieder angetestet. Das ist die Power, wenn ihr euer Gehirn benutzen könnt und versteht, was relevante Bereiche sind. Relevante Bereiche sind keine irgendwelche Volumenkanten auf dem Volumenprofile. Das sind keine relevanten Kanten. Relevanten Kanten sind Ad-Jones. Wenn ihr wissen wollt, was Ad-Jones sind, wie Ad-Jones funktionieren, ich habe ein viertägiges Webinar auf Patreon hochgeladen. Kann sich jeder angucken, der sich anmeldet, kann sich das Webinar angucken oder die Webinar-Re. Wird alles vernünftig erklärt. Und ihr seht, man kann damit sehr, sehr, sehr viel machen. Schaut euch allein an, wie der Markt hier wieder drauf reagiert hat. Hier ist er kurz vorgedreht und das war gerade jetzt unser Target. Und das, obwohl der Markt so verrückt ist. Das sind extrem, extrem wichtige Zonen, die man super gut für sein Trading nutzen kann. Alle, die schon bei Patreon dabei sind, können das bestätigen, die diese Ad-Jones schon benutzen. Es ist extrem, extrem geil. Also wenn ihr das lernen wollt, wissen wollt, meldet euch bei Patreon an, schaut euch das Webinar an. Ihr werdet es nicht bereuen. Einfach Wahnsinn, die Bewegung. Also wie gesagt, wenn solche Moves sind, wenn der Markt so verrückt ist, seid vorsichtig, macht keine Trades. Jetzt hat sich das Ganze wieder beruhigt. Jetzt ist es okay. Jetzt kann man wieder einen Trade machen. Aber wie gesagt, seid nicht gierig, habt nicht dieses Fear of Missing Out, rennt dem Markt wie verrückt nach. In Extremsituationen ist es besser, auch einfach mal die Füße stillzuhalten und einfach mal zuzuschauen und nicht einfach wie verrückt dem Markt hinterherzulaufen. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, was zu machen, weil ihr denkt, ihr fahrt bald einen Ferrari, geht zu irgendwem hin, der so 160 Kilo wiegt, einen schönen fetten Oberarm hat und sagt, hau mir mal bitte volle Pulle ein ins Gesicht, dass mein Kopf zehn Jahre wieder in der Vergangenheit ist, dass ich ein bisschen gegroundet wieder bin und merke, dass ich den Scheiß nicht machen will. Macht das. Empfehle ich euch. Tut gut. Muss man ruhig mal so eine Schelle bekommen, damit man wieder merkt, dass man so ein Blödsinn nicht macht und dass man nicht von irgendeinem Blödsinn träumt und jetzt einfach irgendwelche wahllosen Trades macht. Ich kann euch sagen, mich werden heute wieder Leute anschreiben, die sagen, oh, ich habe unbedingt das traden wollen. Ich bin da und da reingegangen. Guck mal, ich habe den Gewinn gemacht. Und 99% der Leute schreiben, die anderen schreiben, oh, ich habe so viel Geld verloren, weil ich der Meinung war, alles crasht. Passiert ständig. Lass das. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Hört auf, sowas zu machen. Das ist richtig, richtig dämlich. Jetzt, während ich das Video aufnehme, wir sind ja gerade live, wir haben gerade 12.36 Uhr. Wir schreiben gerade Leute genau das. Schicken mir, wie sie fette Slippage hatten und mehrere 20, 30 Punkte minus rausgeflogen sind. Das kann nicht sein, sowas. Ich habe das so oft schon erklärt. Passt da auf, tradet nicht in solchen Bereichen. Seid nicht gierig. Ganz, ganz wichtig. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Habt eine schöne Rest-Trading-Woche. Spätestens bis Sonntag beim nächsten Webinar auf Patreon. Macht's gut. Ciao, ciao.